Hi und herzlich willkommen zurück mit mir, Luffy Evolution und ja, ohne viel zu reden, sag ich euch herzlich willkommen zu Pflanzen gegen Zombies und ja, wir haben hier dann letztens aufgehört gehabt bei Level 5.1. Ich muss allerdings sagen, ich muss mich nochmal entschuldigen, beim letzten Part ist ein bisschen vom Minispiel irgendwie weggerendert, weil mein Aufnahmeprogramm mir eine Fehlermeldung angezeigt hatte, dass ich diese Datei nicht rendern kann. Da habe ich mir gedacht, ja, scheiße halt, das ist halt doof für euch, aber ich kann ja nichts mehr machen. Ich habe schon verschiedene Sachen versucht gehabt, aber ich kann ja nichts machen, tut mir leid. Ich musste halt ein bisschen vom letzten Minispiel halt ein bisschen wegschneiden, tut mir leid. Ist halt so, ich hoffe, dass das nicht normal passiert. Also nur, dass ihr jetzt Bescheid wisst, ne? Und ich muss ja erstmal den Glitch wieder aktivieren. Oh, das ist so nervig. Und wir sind jetzt auf dem Dach. Ui, jetzt haben sie es sogar bis aufs Dach geschafft. Das sind ja vielleicht ein paar hartnäckige Zombies, man. Du brauchst hier jetzt die Cola-Pulte, weil das Dach so schräg ist. Ja, vergiss das nicht, dann läuft alles wie geschmiert. Und ja, deswegen haben wir die auch bekommen. Und die sogenannten Banshee Zombies sind richtig nervig. Die sind nicht schlimm, aber die sind nervig wie Hölle. Aber ihr seht es gleich, was hier alles abgeht. Nachdem ich hier den Glitch aktiviert habe. Bis gleich, meine Lieben. So, und hier melde ich mich wieder zurück. Äh, ja, wie mache ich das jetzt am besten? Am besten so. Weil die Pflanzen, die können jetzt nicht mehr so angreifen, ne? Weil das Dach jetzt so schräg ist, schießt die immer hier nur die Steine ab, ne? Deswegen. Deswegen immer hier die Kota-Pulte. Ah, ich hätte das anders machen können. Fuck. Obwohl, ne. Ach, scheiße, ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, ey. Also, ab hier können die gerade schießen. Aber ab der dritten Reihe hier schießen die immer nur die Steine hier ab. Das ist halt ein bisschen doof. Aber damit müssen wir auch leider leben. Ja, und die Musik hat sich auch hier wieder verändert. Ja, die ist auch super. Schön entspannt. So, hier pflanze ich auch mal Matsch-Körbisse. Ja, und die zweite Reihe mache ich auch hier mit dem Kota-Pulten. Gar nicht hier. Money, money. Kann man immer gut gebrauchen. Ihr könnt es einfach nicht sein lassen, ne? Mit Brains. Oh, scheiße. Nee, nix da. Boom. Die klauen nämlich hier meine Töpfe, meine Blumentöpfe. Oder halt die Pflanzen, die auf den Blumentöpfen, ähm, halt drauf sind da, ne? Also, deswegen sind sie auch so nervig, ey. Ja, das ist jetzt eigentlich, wenn ich jetzt mich nicht täusche, müsste das jetzt an sich die vorletzte Aufnahme in der Kampagne sein. Ja, wenn ich jetzt bis 5.5, äh, aufnehme, ja doch. Dann wird das so sein. Äh, lieber hier unten. Und jetzt kommen auch wieder ein paar Bungie-Zombies, ne? Doch, doch nicht da hinten. Nein. Nix da. Nein. Frechstag. Nein. Meine Fasse. Wenn ich einmal Nein sage, dann heißt es auch Nein. Kapiert das. Ja, und da haben wir die Blumentöpfe. Sehr gut. Jetzt können wir uns natürlich ein bisschen ausbreiten. Ja, Blumentopf. Damit kannst du das Dach bepflanzen. Ja, super. Damit haben wir nämlich auch mehr Platz auf dem Dach jetzt mit dem Pflanzen. Ja. Ja. Rabbi. Vielen Dank.